Die Protestbewegung gegen die EUF-Zwangsgebühr gewinnt an Fahrt. Ab 2024 sollen die Österreicher mit insgesamt 789 Millionen Euro im Jahr zur Kasse gebeten werden. Die renommierten Anwälte Florian Höllwart und Alexander Scheer setzen sich dafür ein, dies zu verhindern und haben ein Volksbegehren initiiert, um den Nationalrat zur Durchführung einer Volksbefragung zu bewegen. Ihr Hauptargument ist, dass es ungerecht sei, dass Bürger für etwas zahlen müssen, das sie nicht nutzen. Die Anwälte schlagen vor, dass der öffentliche Rundfunk ein Abonnementmodell einführt, ähnlich wie es von Plattformen wie Amazon Prime, Netflix und Disney Plus bereits praktiziert wird. Auf diese Weise würden nur diejenigen zahlen, die das Angebot des ORF tatsächlich nutzen möchten. Um der geplanten Zwangsschröpfung entgegenzuwirken, haben die Anwälte das Volksbegehren ORF-Volksbefragung jetzt gestartet, um den Nationalrat dazu zu bewegen, eine Volksbefragung über die Zukunft des ORF einzuleiten. Die Bürger können das Volksbegehren bei jedem Gemeindeamt bzw. online über das Innenministerium mit ihrer Handysignatur unterstützen.